Heiho Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute wollen wir uns ja den Langhäuser vornehmen. 400 Schritte sind es dann auch hin, grob geschätzt. Uh, Reinhold. Warum sah ich eigentlich immer noch Reinholds auf? Ich hab genug, ich hab über 400 Stück. Aber egal, da ist ein bisschen der Sammlerkönig in mir erwacht. Oh, Heilung. Dankeschön. War keine Heilung, das war eine Feuerbrennwurzel. Wie kommen wir da denn am besten rüber jetzt gerade? Da kommen wir nicht hoch, oder? Oder eh ich mich da und wir kommen da hoch? Nein. Was ist das gerade? Äh, bitte. Geh mal da außen rum, alles klar. Oh, Heilung. Nice. Ein paar Blümchen pflücken ist ja auch wichtig. So. Komm ich denn da irgendwo durch? Ja! Nice. Oder? Ja doch, sieht so aus, als komm ich durch. Komm ich da durch? Komm ich da durch? Bitte, lass mich durchkommen. Okay, sieht leicht komisch aus hier gerade. Ich komm drüber. Oh, shit. Fuck you! Bin ich da? Okay, da sind sie, glaube ich, anderer Meinung. Ich könnte mal stillhalten. Ah ja. So. Easy. Dann setz mal runter hier. Ich muss nur deinen fucking Eisbeutel erwischen. Dann haben wir es schon. Kleiner. Wo ist er denn? Was? Ich muss doch noch kurz mal auf deinen fucking Eisbeutel schießen. Ich treffe deinen fucking Eisbeutel nicht Was macht der für fucking Schaden Jetzt hör auf hier rein zu spammen Ich kann ja gar nicht richtig zählen So, es reicht Ich hole dich da jetzt runter mit dem Zersprangerpfeil So Jetzt ist der Eisbeutel frei Dass ich da schön draufballern kann Alter, jetzt hör auf hier um zu spammen Mit deinem fucking Eis Kuts mich mal Alter Ich kann den Eisbeutel ja nicht quickscope Besonders nicht, wenn ihr das blöde Mann Das ist blöde hohe Gras Ich seh mich grad so auf dem Senkel Alter, du fuckst mich grad ab, ne So, das war's mit deinem fucking Eisbeutel Bah Nee Die fucken richtig ab, die Vögel Die fucken so ab Die lassen eigentlich keine Chance zum Schießen Die stunnen einen so weg Okay Können wir nachher wegschmeißen Ah, nee Weil ist denn der bitte gestorben Was hat uns da denn bitte entdeckt Hä Was ist das denn Oh, hier wird's grüner Schön So Okay Sie ziehen ab Finde ich gut Kommen wir hier drüber? Rann theoretisch Bitte Danke Oh nein Ähm Na ja Kleiner Ach Wächterlinse Dankeschön Noch ne Wächterlinse Auch dankeschön Die kann man wenigstens Nee, das war keine Wächterlinse Das war eine Spule für Handhabung Eine grüne Ja, kann man verkaufen So Zwei Schüsse? Ernsthaft? Alter, wie OP ist unser Bogen Im Gegensatz zum Anfang Ach, hi Hab ich dir grad den Kill geklaut? Ähm, ja, bitte Du hast mich da rausgeholt Vielen Dank Du siehst wie eine Kriegerin aus Ja Können wir reden? Ja, können wir Natürlich können wir reden Könntest du bitte herkommen? Ich bin doch da Ähm Ich bin doch da Ich könnte Was? Okay, jetzt sind Blümchen auf jeden Fall Teilgefäße nehmen wir Für alle mit Hi Ja, ich hab verstanden Genug der Dank Sagung hier Alter, wie das Zeug Ja, warum steht Sammelt ihr nix? Woraus macht ihr eure Pfeile? Man kann nie zu gut vorbereitet sein Das ist wahr, ey Das ist auf jeden Fall wahr So Was gibt's du denn? Alter Was war das denn bitte für ein Shot? Alter Wie geil Ne Gans Gänseknochen Alter, das war wirklich ein One-Shot Ernsthaft? Alter, die sind so easy geworden mittlerweile Ne, die sind keine Herausforderung mehr Ne Das sind sie nicht Die sind so easy geworden Aber gibt es ja da immer stehen Ich glaube, ich werde langsam übermütig Wir werden uns bei dem Donnerkiefer annähern Das Signal muss ganz nah sein Ach, ein Schnappmaul, wie geil das aussieht, wie der oder auch auf der Kippe steht Langer als Kupfer tiefen Ich muss zum Kopf des Langhalses Hochkletter Ist der Tuti Hase Ich will kein Questmenü öffnen Ich weiß doch, dass ich da hoch muss Wie komme ich da drüber rauf? Das ist das Problem Easy Vielleicht werde ich hier irgendwo hoch Okay, looten So Easy Ähm Zertrete mich jetzt nicht Alter Was hat er denn gerade gar getötet? Lachs hat er mitgenommen Geil Okay, der Krokodil da oben Der macht mich gerade ein bisschen nervös Mach mich gerade alle nervös hier War ich das? Ne, ich hab keinen Bock auf die Wo lerne ich, wie man dich überbrückt? Ich glaube, ich sollte noch eine Brutschletter aufsuchen Ähm, warte mal Ich will den einfrieren Ich habe keinen Platz, um groß zu kämpfen Alter Hör doch auf! Der Einfrieren funktioniert bei dem wohl nicht ganz so Ja, schön und gut Als erstes muss ich den hier wegkriegen Alter Geh mal weg hier Ich bin da noch so ein Dulli Alter Will ich mich etwa verarschen? Das spiel doch nie nach Ich schieße doch schon auf deine Scheiß Wälder Mann Okay, jetzt werden Wälder mal erwischt Das heißt, kommt noch der zweite Dulli hier Ich kann nicht hoch, ey Wälder Wälder Kann ich auch noch runter, gell? Kommt wahrscheinlich das andere auch noch dran Ach ja Jetzt habe ich noch keine Munition Ihr Kokos fuckt ab Aber sowas von So, dann ist halt ein Wälder auch noch erwischt So, ich soll lieber down gehen Down, sehr schön Schon leise Komm, Eilor, schwimm schneller Hoch hier, Eilor Wo kann ich denn hier hoch? Verdammt Kann ich hier einfach... Nee, kann ich nicht Welche Seite kann ich denn hoch, bitte? Mann, jetzt kann ich hier wieder rüber schwimmen Ah Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los Ich hoffe auch, die lassen von uns abgerade So, dann nehmen wir aber noch mit Ah, nehmen wir es So, ist down Keine Dulli Wir müssen da rüber Ah, das ist ja Ja, ich kann auch nicht schießen Sorry, Tiana Kommt das nicht? Alles klar, tut mir leid Ist down Wo ist der Langhals? Da vorne Von hier aus sollte ich hoch springen können Jetzt ist er da drüben, der Dulli Ja, wo ist er? Und dann muss er herkommen, wie der Langhals So, das natürlich müsste Dings quest Alter, willst du mich verarschen? Was machst du hier? Ja Alter, was machst du hier? Verdammte Scheiße Fuck's ab, weißt du das? Fuck's doch dermaßen ab Ich wackel dich jetzt ab, verdammte Scheiße Alter Alter Kannst du aber wieder verschwinden hier? Ey, Le Hörf Was hast du davon? Kannst du denn Scheiße hier spammen? Das ist keine Chance So, das war's Boah Machen wir bitte voll hier, danke Bist du runtergerutscht, oder wie? Was für ein Assi Wo ist denn jetzt dieser Langhals? Es gibt auch noch einen Vogel an, oder wie? Ich komm hier raus Ich gehöre den Langhals, aber wo ist er? Ich meine, kann man nicht übersehen Wo ist der Tully? Da ist er Ach, hi Großer Kommst du mal bitte her Hier und versichst dich Richtig nah ran, damit ich rüberspringen kann Komm, hinter uns kommt nix So, Eyloi Ein zweites Mal Oh, hopp Nice Ähm Und jetzt nur auf seinen Kopf Ne, auf seinen Kopf Wir sind hier rüber Hier entlang Die Westen hoch Oh, Eyloi, zieh dich hoch Und um Easy So Leute, wir bebrücken unseren zweiten Langhals Nice Nice, nice, nice So Ne, ich bleib hier oben Ne, ich seil mich nicht ab Ähm, Karte Jetzt haben wir das alles hier erkundet, ne? Ja, okay, so viel mehr haben wir jetzt aber nicht erkundet Durch den Langhals Da waren wir überall schon Oh Brutstätte Ich will da hin Ich will zur Brutstätte, verdammt Ich will zur Brutstätte Ich glaube, da machen wir noch einen Abstech hin, bevor wir die Hauptquests weiter machen Wir gehen zur Brutstätte So Leute Sehr schön Sehr geil Auf jeden Fall den EMP des Todes gerade losgelassen Jetzt komm, hör auf Mann Wie ich sie hasse Diese fucking Krokos, ne? Die sind so Bis dem Wasser Kann ich die trotzdem Alter Du kannst mich echt mal Dieser fucking Kroko So Ich bin der Killer Alter Alter Nee, warum sollt Ja, da wollen wir sowieso hin Bist du ein Trampler? Jetzt kommen sie alle Fuck you Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Das war fucking keine gute Idee Einer okay Weil ich so fehle Okay, der ist ein Freeze Okay, ich freeze in den Zustand Kriegt das auch viel Schaden Find ich geil Einer ist tot Craften wir hier noch schnell nach Und wir den hier auch am besten komplett freezen Ah, der ist komplett gefreezed Sehr schön Alter, wie effektiv das ist Wenn man die vorher gefreezed hat Das ist so geil Hä, was gelbes? Oder sieht das in der Dämmung nur so aus? Bisschen grünes, okay Ich mach ein Herz Verdammt Keine Linse Man Natürlich suchen sie dich Alter, das war ein Shot Und das ist das Hast du bitte was blaues für mich? Ein Herz am besten Nein Das ist gar nichts für mich Ich brauch ein fucking Tramplerherz Verdammt Was nimm ich auch mit? Dankeschön Hallo Elbe Hast du mitgenommen Okay, danke So Das ist auch was grünes Was ist das? Okay, können wir verkaufen Ah, ich brauch ein Heiltränke Ich weiß nicht, ob wir ohne Heiltränke da reingehen sollen Ich weiß es nicht, Leute Das könnte saures Kanzer Können wir uns vollcraften? Okay, vollcraften können wir Ich weiß echt nicht, was uns da in dieser Bootstatt erwartet Ich hab echt keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist Ob da ohne Mega Ausrüstung reinzugehen Bootstatt Auf die hab ich schon mal gar keinen Bock Das sind Sägezähne Da hab ich auch keinen Bock drauf Ich hab immer getrost im Arschlecken Was ist denn das hier? Für ein Wrack Ich hab mal die Vögel Seh mich nicht Was ist das denn? War mal ein Wächter Komm ich da irgendwo hoch? Ne Ne, komm ich nicht Ah Lagerfeuer entdeckt Hä, wo? Ach da Was? Lagerfeuer mitten in der Pampa Aber aktivieren wir mal So, wo sind wir denn? Hier Okay Gehen wir halt außen rum Ist auch okay Alle, wir gehen mega weit aus Noch Ist das da drüben? Ist das ein Trampler vielleicht? Nein Aber reiche ich nicht Mit meinem Scannen Alles klar Okay Hier in der Nähe ist ein Signal Was? Ein Signal Ach du meinst das? Ja, ich weiß Da will ich gerade hin Ah Mann Wieso ist hier dieser fucking Berg? Ne, da komm ich nicht drüber so Ne, das funktioniert nicht Wir müssen hier drüben drüber Und Aloy ist ja auch so So eine Gefährdung Dass wir einfach runterrutschen Und dann tot sind Das ist das Dumme Alter, ich gehe hier wirklich Den unwegsamsten Weg, ne? Das ist unglaublich Ich mache mir hier echt Nicht das Leben leicht gerade Aber ich muss hier drüber Ne, ich muss hier drüber Und ich muss hier an den Vögeln vorbei Das ist nicht cool Ich mag die nicht Die facken immer so ab Mit ihren Druckwellen So, hier ist sogar ein Weg Geil Und ich wollte einen anderen Weg gehen Ach, Rayon Da ist noch ein Lafeuer Nice Das ist ein Panzerwanderer Alles klar So Noch 100 Schritte bis zur nächsten Brutstätte Welche Brutstätte ist das auf jeden Fall? Das sind wieder 1000 Millionen Wächter Brutstätte RHO Brutstätte RHO Okay, Brutstätte RHO Ja, okay Die Wächter können mich mal Wir holen uns einfach mal gechillt Alter Was habt ihr denn gerade für einen Flairness-Effekt? Verdammt Alter Okay, den habe ich nicht ganz so gut erwischt Alter Fick dich doch nicht Verarschen Haben wir Haben wir auch Sehr schön Ah Mein einziges Problem ist halt Dass ich keine Nicht so viele Wirklich viele Heiltränke habe Können wir dann irgendwelche Heiltränke craften? Vor allem Tränke Wie schon das Mir fehlt halt fettes Fleisch, ne? Okay, wenn wir es craften können, dann craften wir es natürlich So, ist voll Zentralkapazität Da können wir Ah, Schleudermunition Nice Okay, kennen wir uns natürlich Fischgräte Eine Fischgräte Okay Machen wir voll hier Ich kann nicht craften, weil Ach, das habe ich gerade verkraftet Schlau, Rho Egal So, hier sind wir Da ist ja doch so ein Wächter Oh, Alter Was ist denn dieser fucking Abgrund? Why? Was ist das denn? Verarschen? Wie komme ich denn da rüber? Wo steht der Rho? Komm ich denn da hoch? Ja, jetzt riechen wir uns einfach mal Das Quest ein Ich muss da runter, ne? Ich muss ja Ich muss da runter? Ich komme doch nicht über die Haupttür rein Ich muss da runter, weil das eingestützte ist Aber Leute, ich würde sagen Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge Alter, die Aufnahme geht schon viel zu lange Ich werde schon so müde Aber Leute, ich mache das nur für euch Leute Ja Lass mir auf jeden Fall konstruktive Kritik und so weiter da Und lass mir die Wertung da Rayon sagt tschau Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Leute Bis dann Leute Tschau 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 Tschau